Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. So, äh, was? Schon wieder Donnerstag? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich komme aus der Klinik, bin direkt heute aus der Klinik hierher gekommen. Hashtag Ganglion, Krömers Ganglion. Äh, pass auf. Ich habe mich völlig verrückt gemacht. Das muss gar nicht ausoperiert werden. Ganglion tut ja nicht weh. Er hat gesagt, wenn es nicht wehtut, lassen wir dran. Das ist ja nur ein Schleimbeutel, den ich am Knie habe. Da, wo jetzt, weiß ich nicht, vier Kilo Schleim drin sind, sieht man ja nicht. Außer wenn ich eine Skinny Curved Jeans trage, aber die ist ja eh out. Also von daher, pass auf. Ich gehe heute da gewesen im Krankenhaus. Schöne Grüße nochmal und dann bin ich zu spät gekommen. Neun Uhr war der Termin. Das war schon neun Uhr fünf. Ich wollte eigentlich von der Autobahn anrufen, weil kennst du das? Also ich bin, der Termin war um neun. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden und komme dann aber trotzdem zu spät. Why? Ich frage mich why? Wegen Stau auf der Autobahn. Und jetzt ist schon immer, ich bin ja sehr cool. Ich bin ja für meine Coolness weltweit bekannt, dass ich sage, naja, was soll ich jetzt machen? Man könnte jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde früher losfahren, damit man eine halbe Stunde früher da ist und dann vielleicht von der halbe Stunde, die man früher da ist, 15 Minuten später kommt. Und verstehst du meine Rechnung? Also dass du im Endeffekt viel, viel früher losfährst, dass du auf jeden Fall früher da bist. Aber meistens ist es so, dass, sagen wir mal, eine halbe Stunde noch vor dem Termin, also du weißt dann schon, eine halbe Stunde bin ich früher da und dann passiert das nämlich, dass du dann wirklich eine halbe Stunde zu früh bist, weil du voll durchgekommen bist. Weißt du? Also du kommst ja nur zu spät, wenn du sagst, ich fahre pünktlich los. Ich habe es selber nicht ganz verstanden jetzt alles, aber vielleicht könnt ihr das so auf Slowmotion oder transkribieren lassen irgendwie. Was würde ich sagen? Achso, und dann habe ich vor der Klinik angerufen, habe gefragt, wie erreiche ich sie denn überhaupt? Und dann sagte sie, naja, sie müssen Haus 4, vierte Etage, dann den Gang runter, dann immer rechts, wenn den Gang kommt, gehen sie links, den linken Gang ganz weit runter, bis sie im anderen Gebäude sind. Und ich sage, wie, also Haus 5 oder Haus 3 oder was? Nee, ist Haus 4. Und dann bin ich irgendwie da durch diese Krankenhausgänge gekommen und dann, pass auf, da ist dann mein Gebiet gewesen hier, kniekaputt.de, Sprechzimmer, ich gehe rein und sie sagte zu mir, ja schön, dass sie kommen. Und ich so, hä, achso, dachte ich, die weiß jetzt, dass ich einen Termin habe, dann können wir ja ein Foto machen, wa? Und dann haben wir ein Foto gemacht und dann kann meine Kollegin auch ein Foto mit ihm machen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja überhaupt kein Problem. Und zum Schluss waren das acht Schwestern, die dann kamen, haben wir acht Fotos gemacht und ich dachte so, und jetzt können sie mich zum Doktor führen. Und dann sagte sie, nee, sie sind ja komplett falsch. Und dann wusste ich nicht, naja, aber sie hat doch gesagt, schön, dass sie da sind, aber anscheinend hat die mich dann erkannt. Und in dem Moment gesagt, schön, dass du jetzt da bist. Jedenfalls, ich wieder durch alle Häuser durch und dann Etage runter noch, den Gang lang, dann rechts geradeaus weiter und dann war ich da. Und jetzt pass auf, jetzt sagte, ich dachte eigentlich, der guckt jetzt drei Minuten auf diese Ganglion und sagt, ja, das ist eine schwierige Situation. Wir müssen ihnen das gesamte Bein abnehmen und dann schaben wir den Alter da raus, der sich da jetzt sammelt hat und schicken ihnen dann das wieder zu. Sie können mit einem Kläpferband dann das wieder ranmachen. So, ich dachte, das ist total kompliziert, dass ich dann nochmal zur Operation nochmal da hin muss. Und dann sagte er, nee, das Ganglion kannst du dranlassen. Und wir ziehen ihnen jetzt nur Blut raus, also dann haben die mir Blut abgenommen und haben mir das ins Knie geschossen. Und dann ist so, wie heißt das, beim Kaffee, wenn du so Kaffeepulver in diese Kanne machst und dann mit dem Sieb so runterdrückst, das hat er mit meinem Blut gemacht. Irgendwann hat er, vielleicht hat er auch Kaffee da rausgedrückt, weil er das Knie nicht vertragen hätte. Jedenfalls mit einer Nadel, ich will jetzt nicht übertreiben, aber diese Kanüle war mindestens 1,80 Meter lang gewesen und mit der ist er mir dann anscheinend unter die Kniescheibe oder was. Und hat mir mein eigenes Blut in das Knie reingeschossen und ich habe wirklich panische Angst gehabt. Aber auch da waren wieder vier Leute im Raum, wo ich dachte, was sind das jetzt, warum sind jetzt hier vier Leute, wenn der mir jetzt da Blut ins Knie schießt, die wollten ein Foto haben. Es war so geil, der Chefarzt hat dann gesagt, ich fahre jetzt in Urlaub. Also der hatte nach mir, ist ja in Urlaub gefahren, dann kam seine Frau und hat von, ich schwöre, von mindestens 20 weiteren Schwestern nochmal in dieser Arztpraxis ein Foto gemacht. Und die haben immer gefragt, macht die nicht was aus, dass man sieht, wo sie sind. Und dann dachte ich, es wird keinen Winkel geben, wo man nicht sieht, dass ich hier im Krankenhaus bin. Also, recht herzliche Grüße an alle Mäuse aus dem Martin-Luther-Krankenhaus. Ich fahre wirklich, ich liebe ja Krankenhäuser. Habe ich das schon mal erzählt? Ich liebe das, diese Chemie da, die verwendet wird, um alles sauber zu kriegen. Weißt du, so Bodenbelach und so, Desinfektionsmittel, das ist für mich eine Sicherheit. Da denke ich, man kann ja im Krankenhaus, könntest du ja jetzt mit voller Wucht, mit dem Kopf gegen eine Wand rennen oder durch eine Scheibe springen, weil es kann nichts passieren. Es sind ja, spätestens in 15 Sekunden bist du in der Rettungsstelle, weißt du, wo die dann sagen, naja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da können wir jetzt mal die Blutung jetzt kurz stillen, dann kriegen sie eine Verbandung, dann könnten sie eigentlich jetzt aus dem nächsten Fenster rausspringen. Weißt du, also ich liebe Krankenhäuser und gerade das Krankenhaus, ich hoffe auch, dass es sich noch verschlimmert mit meinem Knie, dass es richtig so eine chronische Geschichte wird, dass ich die nächsten 40 Jahre nur Schmerzen habe und denke, das Knie, das Knie, das Knie, dass der Arzt von dem Krankenhaus irgendwann sagt, jetzt wird es so schlimm, dass sie müssen hier einziehen. Und dann würde ich so ein Penthouse mir bauen, auf den Dachischoss oben nochmal drauf, dass sie dann auch vielleicht mit so einer Rutsche, einfach zu ihm runterrutschen, so eine Stahlstange. Und auch wenn ich zum Beispiel, wenn mich keiner mehr leiden kann, wenn ich nicht mehr erkannt werde auf der Straße, weil ich nicht mehr Fame bin, in dem Krankenhaus, wird immer einer sein, der dann nochmal sagt, komm, sie sind zwar in der falschen Abteilung, aber lassen wir uns nochmal ein Foto machen. So, ihr könntet natürlich jetzt nicht hören, ich habe ein Pflaster, auch mir wurde, weil ich habe keine Wehen, ist zum Beispiel Heroinsucht, ist bei mir völlig für den Arsch, ich würde das gar nicht in die Wehen reinkriegen, weil mir kann man, schön war, wie ich den Ärmel jetzt noch hochkremple, dass ihr noch mehr hören könnt, was ich euch zeige, die Wehen, ich habe keine Wehen und jetzt hat die mir mit der Kanüle in die Hand reingestochen und dann beim Schulzubinden ist mir das Pflaster abgefallen und dann habe ich gefragt, haben sie nochmal ein Pflaster und dann sagte sie, das ist eigentlich nicht nötig. Nein, gesagt, nur für die Show und jetzt habe ich hier so ein Pflaster, das ist 10 Zentimeter mal 6 Zentimeter oder was, das geht über, das sieht aus, als wenn mir gerade die Hand abgefallen ist und die, die wir ran genäht haben. So, ja, jetzt habe ich mich ganz schön verquatscht, jetzt ist das längste Intro, glaube ich, was ich jemals gemacht habe und jetzt muss ich leider nach vorne in den Wartebereich funken und sagen, wir haben ja keine Zeit mehr. Also, denn, tschüss, bis nächste Woche. Vielleicht kommt da ein Gast, der nur jetzt über mich sprechen möchte und dann würde ich das verpassen, weißt du? Finde ich so wichtig, dass du dir das auch mal aufschreibst, dass es mehr über mich gesprochen werden, weißt du? So, egal. Jetzt kommt der Gast, die Gästin in den Podcast. Habe ich das Konzept jemals eigentlich erklärt? Ich weiß ja nicht, wer kommt. Ach so, und dann schreibt uns, wir haben jetzt, wir haben eine E-Mail-Adresse, feelingsatwondery.com, da könnt ihr das schreiben. Ich hätte zum Beispiel gerne, ich würde gerne wirklich jetzt keinen Scherz, mit einem Schönheitschirurgen mal sprechen, weil ich mir Fett absaugen lassen möchte am Bauch. Nicht aus ästhetischen Gründen, weil ich Iron Man werden möchte, sondern weil dieses Fett nicht weggeht. Und da können wir eine Sondersendung mal machen, Fett weg oder so, weißt du? Wie damals bei Anne Will noch. Heutiges Thema bei Anne Will, Fett weg. So, jetzt kommt aber die Gast, die Gästin. Habe ich gar nicht erzählt? Ich hatte als Kind Masern auch und Windpocken. Das ist vielleicht auch interessant. Habt ihr auch Masern und Windpocken gehabt? Schreibt doch einfach mal unter feelingsatwondery.com. Ist vielleicht, weißt du, für die nächste Woche auch, ich habe es jetzt gesehen, ich kann es das selber machen. Ich ziehe mir jetzt Blut aus der Hand nächste Woche und spritze mir das ins Knie, weil ich glaube, da passiert was. Ich bin richtig fit. Mein Blut ist das Beste. Schreibt unter feelingsatwondery.com, ob ihr auch Blut braucht. Ich schenke euch mein Blut. Sie kriegen von mir alles. So, los geht's. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. So, ab geht ab. Moin. Hallo. Grüße. Hallo. Es ist nicht schlimm, wenn du es überhaupt nicht weißt. Ich kenne euch, doch. Wirklich? Ich habe euch, ihr kommt mir bekannt vor. Du uns auch. Das passt dann erst mal. Kannst du irgendwie raten? Kannst du es irgendwie einsetzen? Wer seid ihr? Wir sind... Rapper? Oh nein. Seid ihr Rapper? Nein, leider nicht. Leider nicht. Noch nicht. Seid ihr ein Pärchen? Seid ihr zusammen? Wir sind zusammen, aber auf keiner erotischen Ebene. Ach so. Aber wir sind seit sechs Jahren, haben wir uns liiert. Eine Filmierung haben wir gegründet und dann haben wir so ein paar Sachen im Internet gemacht. Podcast macht ihr. Ja, tatsächlich. Aber welchen nochmal? Dudes heißt der, der Podcast. Ja, na, habe ich doch mal gehört. Wirklich jetzt? Aber wie heißt ihr? Niklas van Lipzig, David Martin, aber im Internet treten wir eigentlich auf als Niklas und David, was eine sehr uninspirierende Kombination von Namen ist. Warte, ich muss mich mal gerade hinsetzen, weil ich habe jetzt im Internet mal gesehen, ich sehe aus, als wenn ich voll die dicke Plauze hätte, dabei ist es nur, weil ich nicht gerade sitze. Es ist alles fantastisch. Du hast aber gerade schon gesagt, es wäre besser gewesen, wenn Schönheitschirurgen hier wären. Das sind wir nicht. Bist du einer? Nee, aber wir würden es vielleicht einfach provisorisch einfach mal versuchen mit einfachen Mitteln, würden wir es denen einfach anbieten. Wir machen es mit Haushaltsgegenständen. Eigentlich ja nur ein Loch reinschneiden im Bauch und Staubsauer ranhalten und dann steril halten halt. Wir kommen mit. Wir kommen mit, wir halten Händchen und wir gucken mal, ob wir auch vielleicht irgendwas machen lassen. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig Respekt vor dir, vor der Story, die du gerade erzählt hast. Weiche? Zum Ersten. Bauchfett? Nee, pass auf, ich muss nur kurz sagen, bevor jetzt hier einer sagt, er will jetzt hier perfekt aussehen, seitdem ich in der Pubertät bin, 13 hat das angefangen, habe ich im Bauch. Ja. Und ich kann jetzt jeden Tag zwölf Stunden Sport machen, ich sehe aus wie Iron Man, habe aber diese Rolle noch. Stell dir mal bitte Superman vor oder Batman, komplett durchtrainiert, aber so eine Schwabbelrolle. Ja, auf der anderen Seite, es menschelt dann ja sehr mit Batman und Superman. Aber die kriegt man nicht weg. Ja, aber das ist authentisch, das ist ja okay. Ach, das ist doch, fick dich doch mit deinem authentisch. Mensch, ich will da geil aussehen, ich will auch vorm Spiegel stehen, einmal und nicht lachen. Okay. Aber ist das so doll, also wirklich, also ist das was, was dich bedrückt? Es sind ungefähr 1,5 Kilo oder 2 Kilo Schwabbel da, der einfach nicht weg geht. Das ist so ein Fett, was sich da breit gemacht hat, zeig mal. Ich bin tatsächlich... Ihr seid ihr auch? Habt ihr auch eine Schwabbelrolle? Ich bin 2,7 Meter groß, deshalb. Was? Das hat mich sehr in die Länge gezogen. Sitzt du oder stehst du? Naja, tatsächlich gerade im Sitz. Du sitzt? Ich bin kein Sitzriese, aber im Stehen ist es gigantisch. Also du bist ja im Sitz schon 1,90, was? Naja, tatsächlich. Und ich bin so in die Länge gezogen worden. Ich weiß nicht, ich glaube bei mir, ich habe vielleicht die Hoffnung... 29. Das ist die neue Generation. Ihr werdet einfach größer. Guck mal, bei mir, ich habe meine Eltern immer ausgelacht, weil ich dachte, ha ha ha, seid ihr kleine Leute. Ihr seid ja kleine Hutzleute. Und dachte immer, ich bin riesengroß. Und ich bin, was bin ich, 1,88 oder was? Aber ich wirke ja total klein. Ja, aber 1,88 ist schon überdurchschnittlich groß. Ich bin auch 1,88 groß. Wie groß bist du? 2,7 Meter? Ja, aber das ist ja das Phänomen, wenn man neben Niklas steht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo auftauchen in der Öffentlichkeit. Wir machen auch Podcast-Touren in ganz Deutschland, machen dann ab und zu Fotos mit Leuten. Und dann sind die auch relativ verblüfft, dass auch ich gar nicht mal so klein bin. Und auf der anderen Seite, wenn die uns nur durchschnittlich... Wie klein bist du? Also wie groß bist du? Ich bin auch 1,88. Ach so, aber du bist zum Beispiel wie 1,60 Meter. Und das ist das, das sagen alle. Das sagen die, wenn die uns sehen, dachten, nee, fuck, Alter, wir dachten, David wäre halt irgendwie 1,50 und ich halt 1,70. Ja, die geht so wieder. Aber habt ihr auch gelernt beim Podcast machen, dass man das Thema, was man anschneidet, dass man auf das Thema wieder zurückkommt? Die Schwabbelrolle. Ach, die Schwabbelrolle oder die Größe. Diese beiden Sachen stehen jetzt zur Wahl. So ein Callback machen. Habt ihr einen Schwabbelbauch? Oh, nee, tatsächlich nicht. Na siehst du, dann bist du ja nicht betroffen. Nee, ich bin tatsächlich kein Betroffener aktuell in der Runde. Wie geht's dir jetzt? Thema Abschluss. Ach so, genau. Nach der Nadelgeschichte. Merkst du, schreib mal auf feelingsadwondery.com, wie sich das hier verändert hat. Auf das Thema zurückkommen, aussprechen lassen, auch wichtig, Kollegen. Wer ist dann dran? Ab jetzt. Dann nehme ich nochmal den Leitfasen in die Hand. Und zwar, ich wollte fragen, wie geht's dir mit dem Pflaster? Das ist auf jeden Fall ein massives Pflaster. Also, dass man das nicht gegipst hat, ist eine grobe Frechheit. Die hat Tränen gelacht, als sie mir da draufgeklebt hat. Die hat mich behandelt wie so ein Dreijähriger. Ja, da macht man so ein Pflaster rauf. Da kappt du auch einen Pieks, ne? Aber die Nadel, die 1,80 Meter groß warst du ja gesagt, mein größten Respekt. Ich wäre umgefallen. Jedes Mal, wenn ich beim Blutabnehmen bin oder irgendwie... Blutabnehmen ging ja noch. Ich hab da nur Angst gehabt, weil, stell dir mal vor, also nur mal vorstellen. Ich hab jetzt eine Kanüle, kannst du die jetzt aussuchen, ob ich das mache oder nicht. Die schiebe ich dir unter die Kniescheibe. Ich würde umfallen. Ich würde straight up umfallen. Beim bloßen Anblick der Kanüle wird mir schlecht werden. Und ich würde sagen, ich glaube, ich möchte das doch nicht. Beim Blutabnehmen, kein Problem. Die hat die Vene nicht gefunden. Dann hab ich gesagt, der nächste halt an der Hand und so. Dann hat sie mir draus gezogen, kein Problem. Aber dann mit der Kniescheibe, weil das hatte ich noch nie, dachte ich auch, hab ich auch zu ihr gesagt. Ich hab ein bisschen Angst, ich würde den Pullover gerne ausziehen. Und das war dann von unten unter die Kniescheibe? Nee, von der Seite. Vorher hat er noch so eingesprüht. 80 Mal so gesprüht, wo ich dachte, das soll jetzt hier so ein Platz, das ist Wasser. Irgendwann hat er da gesprüht, das durfte man nicht mehr anfassen. Desinfektion war es nicht, keine Ahnung. Und dann kam die Kanüle. Das ist das Einzige, was dich richtig aus dem Latsch noch. Also Spritzenphobie ist, glaub ich, die einzige Phobie, die du hast, ne? Ja, also jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ist Blutabnehmen okay? Und dann heißt so, möchtest du dich dafür hinsetzen oder hinlegen? Dann möchte ich erst immer ganz cool wirken und sagen, ja, gar kein Problem, dann setze ich mich doch hin. Und dann mal bloß einen Anblick der Kanüle, wenn die dann aus der Plastikverpackung rausgezogen wird. Der Arm wird dann kurz mal ein bisschen abgebunden. Dann kommt auch dieses Desinfektionsspray in die Elle. Da bin ich schon, da guck ich weg, fang an zu schwitzen. Und ich krieg da richtig doll Kreislauf. Also ich hab da ganz große Probleme. Und du hast auch schon gesagt, du hast keine Wehne. Heroinabhängigkeit könnte bei dir kein Problem werden. Das ist super. Stell dir mal vor, weil ich gespart hab. Ich hab ja Millionen an Kohle gespart. Check an dieser Stelle. Weißt du? Ja. Hast du eine akute Phobie? Ich merke immer so ein bisschen Platzangst. Ja? Also ich war beim Deichkind-Konzert, wo ich so dachte, also ich bin nicht oft auf Konzerten, weil ich glaube, weil ich schon weiß, ich hab da Angst. Und da musste ich schon mit mir kämpfen. Die stehen ja auch nicht still, die Deichkind-Leute. Sehr selten. Die hütteln alle rum und da hat 17.000 Menschen. Ich bin da so durch. Dann haben mich teilweise Leute erkannt. Dann hab ich immer so ganz verschüchtert auf den Boden geguckt, wo ich dachte, ey, viele Leute, die mich jetzt neu erkennen, das ist ja die Hölle. Hast du einen Tipp für Plätze, wo du eigentlich hingehen wollen würdest? Weil das Deichkind-Konzert ist ja schon ein schönes Erlebnis, das du haben möchtest. Es ist absolut geil. Also du musst ja ein gewisses Risiko eingehen, um da hinzugehen und dich deinen Ängsten aussetzen. Ich hab dann gedacht, fick die Phobie, ich will die jetzt sehen. Stell dir mal vor, ich sterb irgendwann und dann, weiß ich nicht, kommt irgendeiner an und sagt mit einer Platzangstphobie, kannst du trotzdem zum Deichkind-Konzert gehen. Und dann hätte ich mit 90 gesagt, na vielen Dank. Das wäre so ein richtig gutes Gespräch am Sterbebett. Was hätten sie denn gerne mal gemacht? Deichkind wäre gut gewesen. Nee, Deichkind wäre es gewesen. Mein ganzes Leben war scheiße gewesen. Ich hab mein Leben ja hasst, weil ich nicht bei Deichkind war. Phobie, seid ihr fertig? Du hast eine Spritzenphobie. Was hast du für eine Phobie? Ich hab ganz viele. Ich war ein sehr ängstliches Kind gewesen. Vor was jetzt? So Spinnen auch? Spinnen? Ja, super classy. Aber pass auf, ich schreck jetzt nicht zurück oder springe auf dem Stuhl, wenn ich eine Spinne sehe, aber anfassen wirkt die auch nicht. So eine Kreuzspinne. So ein Weberknecht geht. Der neue heiße Scheiß Nosferatu-Spinne. Das ist jetzt die, die nach Deutschland gekommen ist. Kennst du sie nicht? Ganz groß im Kommen. Nee, ich kenne nur die dicken Hummeln. Kennst du die? Nee, tatsächlich nicht. Du denkst, da kommt ein Meerschweinchen auf dich angeflogen. Das sind ganz dicke Hummeln. Ja, und da sagt man ja mal, die tun nichts. Da weiß man eh nicht, warum können die überhaupt fliegen? Geht ja gar nicht. Ist wie eine Barbie-Puppe, die eigentlich, wenn die echt wäre, die würde umfallen. Die würde ihr eigenes Gewicht nicht tragen können. Und die Hummeln, die jetzt kommen, ich weiß nicht, wo die herkommen. Wie Meerschweinchen. Ja, bisher war die Argumentationskette bei Spinnen immer, wenn man gesagt hat, man hat Angst vor Spinnen, dann stimmt es natürlich, dass hier in Deutschland hat man ja nur so Loser-Spinnen. Die machen ja nichts. Die sitzen ja nur und gucken. So, und jetzt ist die Nosferatu-Spinne, die ist wirklich groß. Die redet mit dir. Die sagt so, moin, guck, 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 ich fick dich jetzt und jetzt komme ich. Ja, ich fick dich, ich fick deine Phobie jetzt richtig. Jetzt nehme ich dich in den Schwitzkasten, so ungefähr, so groß ist die. Ich spinne dich ein, während du schläfst. Und die, weißt du, was die macht? Die springt und beißt. Nein! So, und dann kommt nämlich als nächstes, dann sagst du, jetzt habe ich ja einen Grund, davor Angst zu haben. Und dann kommen Leute, die sagen, ja gut, ist der Biss denn tödlich? Nein, ist wie ein Wessenschein. Aber ich will ja nicht, dass die mich beißt. Das möchte ich nicht. Das ist genauso wie Ratten. Ich habe keine Angst vor Ratten, aber wenn die mich anspringen würden, das ist verdammt. Das ist next level. Ich glaube, so Ratten sind auch wandelnde Chemiebomben. Die sind so unglaublich resistent, dass man da sehr, sehr schnell jegliche Krankheiten sich anfangen könnte. Aber die Ratten sind ja schon länger da. Das heißt, da ist der Umgang mit der Ratte, glaube ich, deutlich entspannter heutzutage. Die Nosferatu-Spinne, die kommt ja aus dem Mittelmeerbereich. Und aufgrund der Klimaerwärmung, dass es hier immer wärmer wird, hat die sich gedacht, Deutschland gucke ich mir mal von innen an. Und dann kam die hier rein und hat gedacht, hier ist ganz nett, hier bleibe ich. Und deswegen ist jetzt umso mehr los und die Nosferatu-Spinne ist in ganz Deutschland zu Hause. Und wie sieht die aus? Wie groß ist die? Das ist witzig, denn die Nosferatu-Spinne hat auf dem Rücken... 3 Meter. Die ist 2,80 Meter. Die hat so ein Superman-Cape, damit die besser fliegen kann, weil die können ja nicht fliegen. Ja, die hat auf dem Rücken einen vampirartigen Abdruck. Und deswegen kommt man überhaupt auch zu diesem Namen. Nosferatu ist nämlich diese Vampirgestalt aus dem Film... Sehr alten Film Nosferatu. Klaus Kinski und ich schminkt, ist Nosferatu. Ganz genau, ja. Achtarmig und 18 Augen. Nur, dass Nosferatu nicht so scheiße drauf war wie Klaus Kinski meistens. Der war einfach so... Naja, aber ist das eigentlich eine Phobie, wenn alle davor Angst haben? Nee, es gibt ja... Aber ist ja gar nicht so, ne? Also bei Spinnen ist es schon sehr basic so, aber es ist super oft, wenn ich sage, ich so, ja, Spinnenphobie sagen Leute so, ja gut, aber die kann man doch in die Hand nehmen, die tun noch nichts, wo ich mir immer denke, das ist halt genauso wie bei einer... Also ich habe nämlich auch Flugangst und bei Flugangst ist das Thema noch viel schlimmer, weil Leute halt immer einen guten Tipp haben für Flugangst. Die sind immer so von wegen so, ja, aber das ist das sicherste Fortbewegungsmittel, wo ich mir denke, ja, aber ich könnte der eine Mensch sein und diese Wahrscheinlichkeit reicht, dass ich in diesem einen Flugzeug jetzt sowas abstürze. Ich kannte mal einen, der hatte Platzangst auch, der konnte nicht in Fahrstühlen fahren. Und der war dann unterwegs gewesen im Hotel, 19. Stock hier, Maritimhotel, Timmendorfer Strand und dann musste der halt immer hochlatschen. Und da ist ja natürlich auch einfach zu sagen, na mach doch, dauert doch nur 10 Sekunden und bist ja oben. Also das gibt es ja nicht. Es gibt keine Erklärung. Hatte der noch Bauch? Bitte? Hatte der noch Bauch? Nee, danach nicht. Ich sehe es noch nicht mehr. Dann musst du umdrehen, das ist positiv. Also zum Geschenk, pass auf, wir haben dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Wir überreichen dir das einfach und dann musst du das erstmal anschauen. Aber ihr seid ja zwei, warum kriegt ihr nur ein Geschenk? Ja, das ist richtig. Zwei Personen, ah, sechs Euro. Ja, pass auf, das war folgendes. Also das ist das Geschenk, wir sind an einem... Da ist ja mein Name drauf. Habt ihr noch mehrere Leute heute dir beschenkt? Ja, das ist so ein... Nee, es ist sehr persönlich. Und zwar sind wir nämlich an einem Fotoladen vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob diese Fotoladen kennt. Sie gibt es vor allem in Kleinstädten. Lass ihn erst auspacken. Fotofix. Lass ihn erst auspacken. Gut, dann pack erst aus. Und wenn sich dann ein Fragezeichen in deinem Gesicht bilden sollte, kommt noch die Geschichte dazu. Oh. Oho. Zwölf schöne Momente, die Kurt, Niklas und David nie erlebt haben. Ein Kalender. Genau. Und... Ach, schön. Ist das eine Fotomontage oder habt ihr mich besoffen gemacht? Nee, schön, toll. Also, es gibt ja diese Fotoläden, die gibt es vor allen Dingen... Oh, siehste, das bin ich jetzt hier Iron Man, aber eben mit einer Schwabbelrolle. Es passt, es passte halt jetzt ganz gut zum Thema. Wie lange hat die die dauert? Fünf, sechs Minuten? Naja, ist eine gute App. Nee, das ist tatsächlich bei Photoshop gemacht. Das hat ein bisschen länger gedauert. Nee, das ist aber schön. Guck mal, junge Leute, kreativ. Toll. Es gibt diese Fotoläden, vor allen Dingen in den Kleinstädten, da wo ich auch herkomme. Ich komme zu einem kleinen Wallfahrtsort und da... Woher? Kevela heißt der. Wo ist das denn? Kevela ist nah an der holländischen Grenze, ist ein... Nordhorn kenne ich da an der Grenze. Nee, Nordhorn ist nochmal eine andere Richtung. Nee, es ist auch oben. Also es ist ein bisschen weiter oben, glaube ich. Nordhorn ist, also wie hier, Peripherie quasi. Das ist eine Idee von Fendlo. Ein Meter weiter bist du in Holland. Fendlo, genau. Also Fendlo ist direkt da um die Ecke. Ja. Richtung Nimmwegen und so. Bringt uns ja nicht weiter. Kein Schwein wird jetzt wissen, wo das ist. Absolut überhaupt nicht. So ein Bimmeldorf. Es ist ein Bimmeldorf. Da ist nichts los. Da wird primär hingepilgert. Das ist ein sehr katholischer Wallfahrtsort so. Das ist schon super lame. Und da gibt es vor allen Dingen auch dann mal gerne so diese Fotogeschäfte, wo in den Schaufenstern diese Beispielfotos hängen, so von so Familien, die sich mit ihren neun Hunden, vier Katzen und alle und dann sitzen hier so heue Ballen und so. Hochzeitspärchen am Strand und im Hintergrund zwei Sonnen. Ja, komplett. Das gibt es bei uns immer bei türkischen, die dann denken, eine Sonne ist doch nicht kutschig genug. Wir basteln da zwei rein. Das ist ein Flex an der Stelle. Und dann denken wir, wir sind Außerirdische, die in einer anderen Galaxie geheiratet haben. Ne, es ist Ahmed und Özlem, die haben einfach geheiratet. Ja, da sind wir dran vorbeigelaufen und dann haben wir das irgendwie so gedacht, aber es war in Köln so ein Laden und dann haben wir so gedacht, das wäre jetzt ein richtig gutes Geschenk, das mit kurz zu machen, aber das ist A, zu zeitintensiv und B, das kostet ja viel zu viel Geld und dann haben wir das selber gemacht. Ja, so ein Fotoshooting. Achso, ja klar. Das macht man ja gerne mal mit so... In Los Angeles vielleicht noch, das ist Licht besser. Ja, ja, genau. Und woher kommt ihr her, aus Berlin oder wo seid ihr jetzt? Wir kommen aus Köln. Achso. Aber auch zugezogen. Wie? Wir sind keine Urkölner. Ihr seid aus Köln hierher gekommen? Ja, ja. Ach. Mit dem Zug. Jetzt wegen mir oder was? Ja, sicher. Ja, schon. Und den Weg geht man gerne. Schon enttäuscht jetzt oder? Nee, es ist bis jetzt ganz gut. Denkt ihr die ganze Zeit, scheiße, wir müssen den Weg ja wieder zurück. Oh, ey, vier Stunden nochmal. Nee, alles gut. Also abgeholt hat es mich oder uns, dass du gesagt hast, du würdest uns kennen. Ja, natürlich, ich kenne euch, ich habe aber noch nicht, was ist ein Thema bei euch. Wir haben, das ist natürlich sehr verpönt zu sagen, wir haben einen Laber-Podcast. Das ist nicht so inspirierend. Das ist mal was Neues. Ja, das ist mal was Neues, ein neues Konzept. Das ist mal was ganz anderes. Und dann auch zu zweit, das gibt es ja sonst auch nicht. Und dann haben wir zwei Typen, das hat die Welt gebraucht. Zwei Männer. Zwei weiße Männer machen einen Podcast, wow. Nee, also erstmal hat es uns tatsächlich, jetzt ungelungen und unironisch, sehr gefreut, hier zu sein, weil wir werden tatsächlich oder wir wurden in der Vergangenheit relativ selten mal irgendwo eingeladen. Wir haben immer sehr, sehr viele Leute eingeladen in der Vergangenheit und haben uns immer darum gerissen, dass man mal irgendwie mit Leuten was machen kann und so, weil wir haben vor sechs Jahren angefangen, irgendwie Videos zu machen, haben das dann vier Jahre neben unseren Hauptberufen gemacht, bis uns dann mal irgendwann Leute gesagt haben, so ihr wisst schon, dass man da eventuell auch Geld mitverdienen könnte. Und dann haben wir das so ein bisschen umschwingen lassen und haben immer versucht, Videoformate zu machen und dann haben wir den Podcast gemacht und haben es halt irgendwie einfach mal gemacht, so wie wir es ganz witzig fanden. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren, sind wir jetzt selbstständig damit und das ist echt ein großes Geschenk, das machen zu dürfen. Das ist doch geil. Mega. Die Intention war am Anfang nicht damit Geld zu verdienen, das war ein Spaßprojekt, das hat primär erstmal nur unseren Freunden und Freundinnen gefallen, damals auch noch auf Facebook und da waren so zehn Leute, die gesagt haben, das war cool. Junge Leute, dann seid ihr ja schon älter eigentlich. Also genau. Wenn ihr auf Facebook kennt, seid ihr ja schon Opas. Mindestens das. Dann müssen wir uns eigentlich siezen alle. Wer bei Facebook war, der muss sich siezen auch. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, ich glaube unser Podcast oder unser Inhalt ist aber zu jung, dass wir von Facebook wieder weggehen müssen. Und dann haben wir angefangen mit Instagram, YouTube, Podcast und so. Und haben uns da wirklich sehr, sehr mühselig, lange und sehr kostenintensiv da irgendwie so eine kleine Community aufgebaut. Ja, geil. Mit Zero-Leuten gestartet. Ja, der macht dann nochmal Werbung. Du, Zei, Zei. Ja, ey, Leute, wenn ihr mit diesem Podcast fertig seid, dann schaut gerne mal bei unserem Podcast vorbei. Aber erst zu Ende hören, das ist ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Am Ende von der Folge machen wir noch live chirurgischen Eingriff, schönheitschirurgischen Eingriff hier auf dem Tisch. Das machen wir bei euch in einem Podcast. Ja, das machen wir in der Verlängerung, in den 20 Minuten. Wir können machen, was wir wollen, aber es muss alles steril sein. Okay, das ist okay. Wir können gerne bei Vater in eine Werkstatt gehen und irgendwelche Flecks holen oder sägen oder so, aber steril muss es sein. Und gut riechen nach Putzmitteln. Das ist gut, ne? So ein guter Geruch von Desinfektionsmitteln. Ah, geil. Das ist geil. So ein bisschen Benzin. Benzin ist auch geil. Nagellack ist auch geil. Das ist zwar nicht direkt Sterilbenzin. Aber es macht was mit einem. Es stimuliert. Klebstoff auch. Wird man da heute noch süchtig von? Früher haben wir das ja in so Tüten, darf man das sagen? In Tüten gemacht und die schnüffelt. Okay. Ne, ich glaube mittlerweile gibt es andere Dinge. Guck mal, da habe ich der Jugend jetzt was geschenkt. Ich bin völlig verwirrt. Ich habe das, das kann ich bisher noch nicht. In Tüten gefüllt. In Mülltüten, so diese dünnen, durchsichtigen Tüten, Klebstoff da rein und dann, also inhaliert. Wie kann man sich das vorstellen, Klebstoff? Also habt ihr einfach einen Uhu-Prittstift da reingelegt? Genau, genau. Und da sind irgendwelche chemischen Stoffe drin, die dich high machen. Darf man das hier laut aussprechen? Wie war der? Meine Redakteur sehe gerade, wie er die Rechtsabteilung gerade anruft und fragt. Gut, kommen wir dann nochmal auf Heroin. Nein, ich meine, guck mal, das hat man ja früher gemacht. Da kann man doch ganz klar auch über die Vergangenheit sprechen. Gibt es ja nicht mehr. Heute gibt es ja Klebstoff nicht mehr. Eben, ganz klar. Aber jetzt pass mal auf. Es ist ja so, dass zum Beispiel mit Domestus haben wir uns damals in meiner Punkphase ja noch die Jeanshosen gebleicht. Das geht heute gar nicht mehr. Domestus, da ist gar nichts mehr drin. Mit Domestus kannst du dir die Augen spülen heute. Kann man das empfehlen so? Ja, ich kenne Domestus auch gar nicht. Naja, wenn man Klebstoff schnüffeln empfiehlt, dann kann man sich auch danach auf den Schreck mit Domestus erstmal die Augen ausspülen. Also es ist ein Klorreiniger. Domestus ist ein Klorreiniger, da könnt ihr jetzt ja überlegen. Ja, nee, deshalb haben wir uns auf jeden Fall, long story short, sehr gefreut, dass wir heute hier sein dürfen und dafür fahren wir auch gerne von Köln nach Berlin. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben echt, wir haben damals, das will ich nie vergessen, wir haben damals, als wir angefangen haben, Videoformate zu machen und dann war das immer so neben der Arbeit, dann hatte man das so abends und am Wochenende Zeit, um die Sachen zu produzieren. David hatte eine Kamera und ich hatte gecracktes Photoshop halt irgendwie so auf dem Rechner und so Premiere, wo man dann alles geschnitten hat. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir machen das jetzt im Internet, das gucken so ein paar Leute und dann haben wir so gedacht, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie viele Leute haben da zugeguckt zum Anfang? Also damals, 3, 4 oder was? Ja, das wäre schon sehr positiv geschätzt. Erstmal werden Freunde kontaktiert. Ja. Dann bei Facebook waren es dann so, da hat der Vater auch zugucken können, das war dann immer ganz gut, der hat das dann auch gefunden. Und dann war bei YouTube, da haben wir wirklich so im ersten Jahr, als wir YouTube-Videos gemacht haben, hatten wir immer so, lass mal so 300 Aufrufe auf den Videos sein. Ja. Das war dann schon immer so. War schon mal geiles. Da waren es aber 300 Leute. Wenn du anfängst mit dem Scheiß, 300 ist sehr viele. Und setzt mal 300 Leute in einen Raum, dann war das schon so, okay, geil, man, 300 Leute. Und dann war so angefixt, dass man gesagt hat, okay, geil, das ist cool. Man muss natürlich dazu sagen, so, da war man auch. Wollen halt dann mehr werden, wenn denn daraus 250 wären, beim nächsten Video ist scheiße. Das ist auch öfter mal passiert. Oder halt konstant halten, immer. Oder halten. Und natürlich war man natürlich auch so, dass einem das dann irgendwie gefallen hat und so, dass die Sachen, die man gemacht hat, Leute sich angeguckt haben. Wir waren beide so Kandidaten auch so, wir waren früher in der Theater AG und hat man damals den Abiball moderiert und so. Ja, geil. Natürlich hat einem das so ein bisschen gefallen und irgendwie natürlich mich informiert und so. Klasse-Clowns auch gewesen. Ja, tatsächlich, leider schon. Ja, schon. Doch, sehr unterhaltend gewesen. Ich wurde immer noch vorne geschubst, fast schon, wenn die Klasse gemerkt hat, oh, hier steht gleich eine Prüfung im Raum. Wenn die Lehrerin jetzt gleich reinkommt, dann hat die so einen dicken Stapel Blätter und dann schreit die halt so, so, jetzt alle hinsetzen, zack, wegpacken. Wir schreiben eine Ex, eine Ex-Temporale, so hieß das bei uns. Und dann wurde ich nach vorne geschickt und musste nochmal richtig dumme Fragen stellen und so ein bisschen unterhalten. Und dann hat sie nochmal ein paar Sachen erklärt und dann gemerkt, fuck, jetzt ist die Zeit um. Wir können gar keine Ex mehr schreiben. Seid ihr schlaue Kinder? Also habt ihr einen Abschluss? Nö, ja. Nö, ha, ha, ha. Ja, ja, doch, das haben wir schon gemacht. Ja, und dann Abbruch. Also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als Booksmart beschreiben. Also ich bin kein Bücherwurm, kein besonders Strebser. Habt ihr was gelernt? Studiert, aber... Naja, aber anstudiert nur. Also warst du mal da. Genau, ich war mal da. Das war eine gute Zeit, in der ich viel erlebt habe und so, aber sonst... Hast du was gelernt? Ich habe Abi gemacht, ich habe Mediengestalterausbildung gemacht. Oh, der bist ja... Aber wie versteht ihr euch denn? Ganz gut. Der ist ja immer voraus. Aber das ist Ying und Yang. Nee, die Gegensätze ziehen sich an. Also da muss ich tatsächlich sagen, also mit einer Mediengestalterausbildung, da reichst du gar nichts. Also mit einer Mediengestalterausbildung, das war früher so, man hat so mit 16, hat man so, oder mit 15, 16 habe ich angefangen auf meinem Rechner damals, wie gesagt, dann hat man sich halt irgendwo her so das erste Schnittprogramm geholt und hat sich das da selber beigebracht. Genauso wie, das war bei dir auch so, so Kamerastuff und so, das lernst du halt bei YouTube. Das lernst du nicht in irgendeiner Schule oder auch nicht Mediengestalterausbildung. Sind die überhaupt in einer Medienschule so weit, dass die schon verstanden haben, dass sich alle auf YouTube konzentriert und dass es irgendwann ja nicht mehr im klassischen Sinne gibt, sondern einfach nur noch. Also in einer Mediengestalterausbildung werde ich nicht vergessen, dass in meiner Klasse von 22 Leuten, die da waren, 20 Leute kein Strichmännchen auf dem Blatt Papier malen konnten. Was ja erstmal das Grundproblem ist, das Tool wird dir ja nichts nützen, wenn du jetzt gar kein Interesse hast, irgendwas Kreatives zu machen. Das war halt eher so ein bisschen das Problem. Wie ein Vegetarier am Steakhouse. Ungefähr so, ja. Richtig. Das macht halt wenig Sinn. Und deshalb war das immer, das hat mich sehr genervt, die Zeit. Meine Ausbildung hat mich richtig genervt, weil man hat natürlich ganz, ganz wenig Geld dafür bekommen, um ganz, ganz viel Arbeit zu machen in dem Betrieb, wo man irgendwie war. Und das hat mich sehr frustriert und ich war richtig froh, dass ich dann durch war und dann wollte ich auch direkt arbeiten und dann habe ich bei einem Club angefangen und da haben wir uns dann auch so ein bisschen näher kennengelernt bei einem Nachtclub, wo David dann tatsächlich an der Bar gearbeitet hat und ich habe die Grafiken und so gemacht und die Videos für diesen Club. Und das war dann geil, so wo man dann einfach Sachen machen konnte. Gute Voraussetzung ist wirklich nichts lernen. Also nicht irgendwas haben, wo du sagst, naja, wenn das hier nicht wird, ich gehe meinen alten Beruf zurück. Weißt du, scheiße, du hast dann zwar einen gelernten Beruf, aber du wirst dein Leben lang frustriert sein, weil du was anderes wolltest. Von daher ist, ich habe auch meine Lehre abgebrochen nach einem Jahr und da war nichts. Kaufen im Einzelhandel. Okay. Herrenausstatter. Und da war einfach klar, es geht nur noch nach vorne, also es geht nicht zurück. Aber wo macht man, also in was für einem Geschäft muss man sich das vorstellen? Also Herrenausstatter? Äh, so ein, ne, das gibt es heute gar nicht mehr, so ein Jeans-Lahn. Und da habt ihr damit... Also du musst dir vorstellen, du bist jetzt, wie es ich, bei Pieck und Kloppenburg und du hast da 60 Quadratmeter aus Pieck und Kloppenburg raus hier, fräst, stellst du irgendwo anders hin. Das wäre dann ein Herrenausstatter. Okay. Gibt es gar nicht mehr, wa? Ne. Also es gibt schon noch Kaufhäuser. Kaufhäuser gibt es, ja, aber es gibt nicht mehr diesen Herrn Müller, wo man hingeht und sagt, ich brauche ein Smoking, bin eingeladen beim Presseball oder so. Ich glaube nicht. Sehr special interest. Na ja, Karstadt wäre zum Beispiel so. Ich könnte Herrenausstatter werden bei Karstadt. Das ist wie bei Kellnern auch. Also es gibt ja Restaurants, wo du richtig so eine, wie heißt das da? Bei uns in Köln? Kürbis. Wie heißt, ja, das sind die, das weiß ich sogar noch, wenn man Kölsch bestellt und nicht einen Deckel drauf macht, dann ist das endlos, wa? Ja, genau. Das stimmt. Never Ending Story, die schreien dich an. Ja. Wenn du was Falsches bestellst, dann gibt es eine Gruppe. Was wollte ich jetzt sagen? Restaurant-Fachfrau oder Fachmann heißt du denn? Also wenn du ins Restaurant gehst und die Frau oder der Mann dir erklären kann, was da gleich auf dem Teller liegt. Aber heute, also bei mir war ja damals noch so, wenn du was gelernt hast, dann war klar, du nimmst, du musst dich jetzt in der neunten Klasse entscheiden, was du 45 Jahre lang machst. Ja. So war das ja bei uns. Das war ja nicht so, ich schnuppere da mal rein und mache dann irgendwas anderes, sondern da war Fakt, bis zur Rente machst du das. Heute ist das anders, oder? Ihr geht das anders an. Ihr fangt dann irgendwas an und dann macht dann eine Ausbildung und dann sagt ihr halt, nö, mir fällt mir nicht, ich mache nochmal was anderes. Und früher hat man sich da durchgequirtet, es war wirklich so, dass man sagt, ja, ich bin jetzt schon 30 Jahre bei Karstadt, 15 muss ich noch. Das Wort Quereinsteiger, glaube ich, gab es früher nicht. Überhaupt nicht. Da musstest du da bleiben, weil du hast relativ früh dann wahrscheinlich auch Kinder, Familie gehabt, um dein Haus abzubezahlen, bist in deinem Dorf geblieben und dann hast du ganz andere gesellschaftliche Zwänge und Verantwortungen, denen du gerecht werden musst. Aber war das denn, früher hat man doch auch nicht gesagt, so ein Job ist ja dann auch nicht deine Passion oder soll gar nicht deine Passion sein, sondern gegefälliges Geld verdienen. Das war ja eher so, glaube ich, das Ding. Ja, das war ja auch die Ausbildung, da war dann immer, wenn man sich da irgendwie beschwert hat, dass man da irgendwelche Hiwi-Arbeiten gemacht hat, naja, Herrenjahre sind keine, was wie ist das? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also das System war so richtig so darauf aufgebaut, dass man junge Leute, die gerade aus der Schule kommen, den ganzen Tag fertig macht, weil das haben wir alle durchgemacht. Nein, aber als ich Ausbildung gemacht habe, war das schon nicht mehr so, da ich bin meinem Vater tierisch auf den Piss gegangen, weil ich die ganze Zeit so sehr genau gesagt habe, dass ich wüsste, was ich machen will. Stimmt aber gar nicht. Ich habe gesagt, ich will was Kreatives machen. Das fand mein Vater natürlich fantastisch, weil er gesagt hat, was willst du machen? Sag mir den Beruf. Rapper. Ich will Rapper werden oder Rapper werden. Deshalb, Papa, geh mit mir zum Tätowierer. Und so haben wir dann angefangen vor der Ausbildung. Nee, und dann habe ich ja gesagt, mach was Kreatives. Dann ist mein Vater mit mir zum WDR nach Köln gefahren, zum Tag der offenen Tür zum WDR. Was macht dein Vater? Mein Vater ist bei den Stadtwerken und war halt vorher, also hat Elektriker gemacht. Wie und der hat dann gesagt, geh jetzt zum WDR. Ja, genau. Hab gesagt, nein, mach dich schon schön zum WDR. Mein Vater war immer sehr supportive und wollte halt, dass ich irgendwie was mache, was mich glücklich macht. War aber auch sehr bestimmt, dass der gesagt hat, Junge, du musst was machen, geh Geld verdienen. Ich kann dir jetzt nicht deinen Arsch nachtragen. Was hat er denn, bist du halt zum vierten Ergang mit dir? Zum WDR in Köln? Nee, nee, es war Tag der offenen Tür. Ach so. Das heißt, du hast halt Tag der offenen Tür, da kannst du dann einmal im Jahr so einen Schnuppertag machen beim WDR. Tag machen beim WDR. Gibt es hier hoch beim RBB, aber da gibt es leider nichts zu sehen. Nur, was sich da natürlich gebissen hat, ist, dass Kreativität und Tag der offenen Tür beim WDR jetzt nicht so maßgeblich viel miteinander zu tun haben. Also Kreativität und WDR auch nicht. Schwierig. Habe ich dann auch mich nicht getraut, meinem Vater zu sagen, dass wir da hingefahren sind, weil er meinte es sehr gut und ich habe gedacht, jetzt hole ich ein bisschen Zeit raus. Da fahre ich natürlich mit hin und so. Dann sind wir da rein, eine Stunde nach Köln gefahren, was ein krasser Way war damals, den zu fahren. Dann sind wir da so rein und dann saß da ein, so ein Dulli an seinem Schnittrechner, sehr alten Rechner, an irgendeinem Schnittprogramm, wo ich schon wusste, Digga. So ein VC20. Boah Digga, damit schneidet man wirklich nicht, man wirklich nicht. Aber es ist doch schön, dass du nicht noch hier so manuell mit der Schere und so wie früher bei Fritz Lang. Riesige Filmrolle und dann hat mein Vater gesagt, so, ist es das, das ist es, was du machen willst. Und dann habe ich das so einmal über die Schulter geguckt und habe gesagt, ja, das ist es nicht. Aber alles gut, wir haben es versucht. Und dann war jetzt mal ein bisschen Stimmung schief so, weil mein Vater gesagt hat, was willst du, Kind, was willst du? Und dann hat er gesagt, pass auf, ich habe hier was rausgesucht, da gehst du jetzt mal hin, um den Druck zu hören. Und dann hat er gesagt, du bist das Augenoptiker. Der Helfer-Kreativität. Hast du ein linkes Auge und ein rechtert? Das war so, das war die Alternative. Nee, das war ein sicherer Beruf. Augenoptiker wurden mir gesagt, braucht man immer. Ja, Augen gucken und essen macht man immer. Und da hat er recht. Und heute lachen wir sehr darüber, also jetzt ist es halt natürlich ganz anders gelaufen, aber es war so witzig. Dann bin ich da hingegangen und da hat der Typ bei diesem Augenoptiker, habe ich da so einen Probetag oder zwei gemacht und dann hat er nach den zwei Probetagen, hat der Typ gesagt, du willst nicht hier sein, ne? Und ich habe gesagt, mh, also ich mag Augen, verstehe mich nicht falsch, aber ne. Und dann hat er gesagt. Ist was schönes, Augen ist was schönes, aber es ist einseitig. Sehen können ist super. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, geh wieder. Ja, und dann hat sich das alles am Ende durch eine glückliche Fügung, hat es das dann auch irgendwie gegeben, so, aber. Und wenn du jetzt mit deinem Kollegen einen Podcast machst, denkst du manchmal so, ach man, vielleicht doch lieber Augenoptiker geworden. Ja, also ich gebe ihm dann immer Tipps zur neuen Brille und so, wo man dann hingehen kann und so. Da ist schon was von hängen geblieben, ist wichtig. Davon profitiere ich bis heute. Ja, das ist mega. Warst du ihn auch des Öfteren? Hast keinen Bock, war das nicht deins? Nee, heute wieder keinen Bock. Heute wieder richtig lieblos, dahingerotzt alles. Aber wie ist denn das, wenn ihr keinen Bock habt? Also sagen wir mal, du bist total motiviert und du sagst aber, nee. Also, thematisiert er das denn oder macht er denn einen auf Morningshow? Eben Podcast selber, meinst du? Glücklicherweise haben wir jetzt nicht eine Stechuhr, nach der wir arbeiten müssen. Also es ist jetzt kein Chef, der sagt hier, neun Uhr, du musst antanzen und ihr müsst jetzt podcasten. Sei mal funny. Ja, genau. Und deswegen kann man sich so ein bisschen vorher auch abstimmen. Hey, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe heute einen guten Tag. Oder uns wurde hier auch gesagt, dass wir diese Aufnahme an einem Nachmittag machen. Und da kann man sich halt so ein bisschen frei die Zeit wählen, wann man sich gut fühlt, wann man sprechen kann. Ich bin morgens sehr, ich will nicht sagen mundfaul, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich zu lange kalt eine Piste in den Bergen runtergefahren und der Mund ist so richtig eingefroren. Mucksch, hast du gerade gesagt? Mucksch sagt man in Hamburg, wenn so schlechte Laune und deswegen, ich habe keinen Bock auf Quatschen jetzt. Ja, das kann sein. Aber glücklicherweise passiert das nicht allzu oft bei uns. Deswegen können wir uns das frei auswählen. Wir haben aber eine Regel schon mal gemacht, dass wir nicht irgendwie verkartet oder sowas aufnehmen. Dass wir schon dafür sorgen, dass wir fit sind, dass wir da sind und auch Lust auf die Podcast-Folge haben. Das hat man schon oft auch durchgedacht. Aber ist das schon vollkommen, dass du oder einer von euch gesagt hat, so heute zieht den Joker, ich habe keinen Bock oder ich habe schlechte Laune oder? Nee, das nicht. Also, dass wir eine Aufnahme derartig nicht stattfinden lassen konnten oder abgebrochen haben, haben wir noch nie gemacht. Also, da sind wir dann doch, ich will nicht sagen Showmaster genug oder fast schon Fake, um Gottes Willen, das will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber man hat so ein bisschen sich diesen Job irgendwie ausgesucht vor eidlichen Jahren und jetzt ist es unsere Verantwortung und Verpflichtung auch, positiv gesehen, jeden Montag für die Leute eine Podcast-Folge rauszubringen. Ja, also beziehungsweise. Also, Feelings soll es ja auch eigentlich dreimal die Woche geben, aber ich habe keinen Bock in Bord. Meistens keinen Bock. Dass ich so denke, du donnerst, das ist für mich ein guter Tag. Das Problem ist ja auch bei dir, du kannst es dir meistens erst nachher aussuchen, und ob du jetzt Bock darauf gehabt hast oder nicht, weil du ja nie weißt, wer kommt. Du weißt ja erst, wenn es losgeht. Aber, naja, wir wählen ja schon so aus, dass ich schon weiß, dass keine Idioten kommen. Das ehrt uns, vielen Dank. Das ist ein Glück, ja. Also, ja, hoffentlich. Also, ja. Naja, wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Das sind dann noch nicht am Ende. Ein paar Minuten machen wir noch. Ich hätte noch eine Frage und zwar, wie hast du... Hast keinen Bock, Wackrömer ist nicht so dein Zeug. Ab welchem Punkt hast du gemerkt, Herrenausstatter, das ist es nicht? Wie bist du da raus? Nach einem Jahr. Straight up. Also, bei mir war wirklich so dieses... Nach einem Jahr habe ich so gemerkt, wie der Hase da läuft und wusste, ich war bei einem kleinen Herrenausstatter in Berlin-Reiningdorf, so ein Arbeiterbezirk hier in Berlin, keine große Nummer. Und dann, damals war natürlich Karstadt so eine sichere Bank. Also, heute weiß man nicht, ob das überhaupt da weitergeht. Und dann wusste ich so, okay, du kannst dann irgendwann zu Karstadt gehen und dann kannst du da erster Einkäufer für Klamotten werden, dann kannst du Abteilungsleiter werden und mit 50, vielleicht weg jetzt mit 50, irgendwann 55 Direktor gewesen von irgendeinem Karstadt. Und da wusste ich halt, das ist immer der gleiche Scheiß, der mich da erwartet. Und dann hat sich mir richtig die Kehle zugeschnürt und dann dachte ich, das ist doch der Horror. Aber Next Step von da aus, als du da raus bist, war ja nicht, so, ich bin jetzt raus und dann, also musste ja für dich auch einen Start geben. Wie bist du denn da reingerutscht? Also, meine Familie hat sich komplett von mir getrennt. Also, sie hat gesagt, das geht gar nicht. Die haben echt gedacht, der endet in einer Gosse. Krass. Der nimmt jetzt Drogen und ist in fünf Jahren tot. Ja, aber, und wie war dann der erste Step zum, also zum Unterhaltungsmedium in irgendeiner Weise? Also, weil es ja nicht so wie bei uns, dass du sagst, so, ich mach mal einen Instagram-Account und dann baller ich mal meinen Content drauf. Das ist ja das Geile gewesen, das gab es ja gar nicht. Also, es gab ja, was war denn vor Facebook noch dran, da war noch hier MySpace, wa? Findet ihr MySpace noch? Ja, klar, also nur so vom Hörensagen und ich weiß, was man machen konnte, aber ich hatte nie MySpace. Hattest du noch MySpace? Nee, ich hatte noch nicht mal ICQ. Ah, das ist traurig. ICQ? War das ein ICQ? Ah, was? ICQ? Das war damals das WhatsApp. Studi4Z kenne ich noch. Sowas in der Art, ja. Nee, also ICQ war WhatsApp. ICQ? Das war ja völlig an mir vorbei. Was heißt ICQ eigentlich? Ganz kurz. I seek you. Englisch I seek you. S-E-E-K. Also ich. Ich finde dich. Ich finde dich, ja. Hide and seek. ICQ. Nein, ICQ war... Es war völlig an mir vorbeiflung. Hat man, also als ich jung war, sagen wir mal so, in einer... Du bist ja jetzt sehr alt, das muss man zusagen. Ich weiß aber auch nicht. Das stinkt auch nach alter Haut heute hier. Das ist, wenn drei alte Leute in einem Raum sind, das stinkt. Mit einem Urinbeutel und allem. Da wird es Boomer-mäßig. Da wird richtig schnell bei MySpace. Soll ich lauter sprechen? Du hörst ja bestimmt doch schlecht. Ja, ja, warte, warte, warte. So ICQ, ich rapp euch mal eben das Konzept runter, das war WhatsApp. Aber nicht mit Handynummern, sondern jeder hatte, und das war richtig geil, eine ICQ-Nummer. Aber nur bei dir auf deinem Dorf, da in der Nähe von Holland, oder was? Nein, 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 ich verspreche euch. Ich kenne es, aber ich hatte es nicht. Aber das ist auch an mir vorbeigegangen. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich habe kein ICQ gehabt damals, sind auch alle so, oh, krass, echt, boah. Und alle kennen, wie du schon richtig angesprochen hast, diese ICQ-Nummer noch, was in der Telefonnummer gleichzusetzen war. Wie ist deine ICQ-Nummer, Niklas? 321-073-962. Meine Telefonnummer festnimmt es im Wedding 463-9161. Ja, und beide Nummern könnt ihr jetzt mal ausprobieren, ob die stimmen. Einfach da mal anrufen, meine ICQ-Nummer eingeben und dann kann man da chatten. Wie hieß denn nochmal das, wo ich dich anonym beleidigen konnte? Instagram? Das war telonym oder so? Ich verstehe gerade auch das Konzept nicht. Also ich kann dich jetzt anonym anschreiben, beleidigen und du weißt dann nicht, wer es war. Klingt irgendwie für mich nach einem Safe Space. Ist so, was? Es ist toll, dass sowas gibt. Also einfach, wo man einfach sagen... Aber es ist ja heute öffentlich. Heute ist ja einfach Pillemann Arschloch Sauen 1968 und der schreibt dann, ihr pissköpig hasse euch. Privates Profil bei Instagram und ab dafür, Alter, unter jedem Kommentar und dann wird er richtig abgeballert. Das ist ja leider so. Aber das Internet in der Form gab es ja jetzt noch nicht. Ja, genau. Herren Ausstatter, meine Güte. Zurück zu mir. Lass uns mehr über mich auch sprechen. Du wolltest, du hast es ja gewünscht. Es gab ja nicht mal, ich habe das schon tausendmal erklärt hier im Podcast, es gab ja nicht mal den Begriff Comedian. Gab es ja nicht. Es gab Komiker, Kabarettist. Entweder machst du politisch oder blöd ist rum. Das war so, also total ein abwertender Beruf. Komiker. Komiker war damals, ja, und kannst du davon leben? Aber was ich mich wirklich... Und dann gab es Open Stage halt. Früher gab es halt Bühnen. Ja. Früher ist man auf Bühnen ja. Deswegen habe ich zum Beispiel damals, als YouTube-Horikom ist so, es dann irgendwelche 16-Jährigen vorm Justin Bieber-Konzert mit einer GoPro irgendwie im Kinderzimmer saßen und in die Kamera gesprochen habe, habe ich das jahrelang nicht verstanden. Weil bei uns war immer, da spricht einer und 20, 30 Leute live sind dabei und hören zu. Aber die sind irgendwo rein sprechen ohne Reaktion. Das ist für mich... Ich habe es nicht kapiert. Aber es ist ja jetzt der heiße Scheiß. Es ist jetzt der heiße Scheiß. Jetzt dreht sich alles um, ja. Aber ich habe eine der letzten Folgen Feelings gehört. Ich glaube, es war die mit Laura Larsson. Und da hast du gesagt, dass du eben nicht so... People-Pleaser ist nicht so ein Ding, sondern dir war das irgendwie immer scheißegal im Prinzip, was die Leute, sag ich mal, gedacht haben. Ja, naja, dass du dein... Also was mir wichtig war, dass du dein eigenes Ding machst. Dass du erkennbar bist. Also ich weiß noch, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. 95 oder so, 91 kam Helge Schneider hoch, den dann alle nachgemacht haben. Also jeder, der irgendwas mit Comedy gemacht hat damals, hat dann Helge Schneider nachgemacht. Und dann dachte ich so, ich liebe den Typen, der ist total lustig, aber ich bin ja jetzt nicht Helge-Schneider-Double. Also ich werde ja jetzt nicht 30 Jahre auftreten und werde mit Helge-Schneider-Stimmer sprechen, weil ich dann nicht das Original bin. Und von daher war mal klar, was macht dich eigentlich aus? Da musst du oft sagen, das finde ich scheiße, das ist kacke, die fällt mir nicht. Also das ist natürlich eine Sache, sich zu überlegen, was man macht. Aber was ich mich halt gefragt habe in dem Moment, als du meintest so, mir war das eigentlich alles scheißegal und was die Leute gedacht haben etc. Wenn ich jetzt halt an uns denke, wie gesagt, jetzt mal recht selbstreflektiert, würde ich sagen, natürlich ist man irgendwie eine Person gewesen, die fand das ja offensichtlich auch cool, was nach außen ins Internet zu streuen. Und Leute sehen das und vielleicht irgendwas dafür zurückzubekommen, irgendwie eine Belohnung von Leuten. Und somit auch so ein bisschen People-Pleaser. Wir mögen es auch jetzt nicht, so krass auf den Sack zu bekommen für irgendwelche Sachen. Deshalb sind wir immer sehr vorsichtig und so. Auf jeden Fall, da würdest du wahrscheinlich sagen, hast du wahrscheinlich ein dickeres Fell, sag ich mal. Aber was war damals so deine Intention? Guck mal, das, was ich gerade gesagt habe, lasst uns mal bitte mehr über mich reden. So, das finde ich zum Beispiel als Privatperson unmöglich. Würde ich niemals machen. Ich würde euch nicht privat einladen und sagen, lasst uns die ersten drei Stunden nur über mich reden und dann gucken wir uns nochmal die größten Erfolge von mir auf DVD an. Weißt du? Also das ist so mein Humor. Ich hatte letztens ein Shooting irgendwie, so mehrere Leute, alles war ganz wichtig und wir müssen alle sterben, wenn ein Foto scheiße wird. Und alle waren angespannt. Und dann bin ich rein zum Fotografen, hab gesagt, guten Tag, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin ein lebende Legende. So, und dann mussten alle prusten und haben gelacht. Also, weißt du, das ist so, da ist die Verarschung in meinem Humor schon drin. Ich kann auf die Bühne gehen und sagen, ihr werdet auch immer hässlicher. Weißt du? Und die Leute wissen, der ist nicht, der ist nicht, das war nicht nett, sowas sagt man nicht, aber wir kennen ja Krömer. Ja, aber die Leute müssen dich dann erstmal kennen. Und das ist so dieses, mich haben Schlagersänger mal aufgeregt, so eine Schleimer, guten Abend und versprecht mir, bleibt gesund, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und dann denke ich, Heuschler, du bist ein Heuschler. Das ist scheiße, was du da erzählst, das stimmt nicht, du glaubst das nicht. Und dann habe ich mir das so erarbeitet, dass ich auf die Bühne gehen kann und sagen kann, ihr werdet auch immer hässlicher, ihr Arschgein. Aber was sind die ersten 15 Mal richtig unangenehm? Weil die ersten 15 Male, die kennen das ja nicht. Die dachten dann, der ist ja unhöflich. Wie sollen die es auch verstehen? Haben sie einmal gedacht, da kommt ein unhöflicher Typ, der sagt, wir sind hässlich. Ja, ja, also das war jetzt, sagen wir mal nicht von Anfang an, standen die Leute da nicht und haben applaudiert im Stehen. Die sind aufgestanden und gegangen halt. Die haben es nicht verstanden. Aber für mich war so, es gibt ja in jederlei Hinsicht beim Podcast, bei Comedy, bei Musik immer was sehr anbiederndet. Also wenn du, wer ficken will, muss nett sein. Also du bist dann immer sehr, sehr nett zu allen und dann gefällst du den Leuten. Aber du langweilst die halt auch. Und bei mir war das so, wo ich dachte, ich bin lieber ehrlich mit euch. Und wenn ihr das denn scheiße findet, dann müsst ihr halt wieder nach Hause gehen. Also mehr ehrlicher sein ist auch die Devise für den Alltag. Ja, authentisch. Deswegen habe ich vorhin die Frage, wenn ihr keinen Bock habt, man muss ja nicht zu Hause bleiben. Man kann ja einen Podcast starten, habe ich hier auch schon mal gemacht, habe gesagt, ich habe heute irgendwie schlechte Laune. Was ich jetzt nicht an dem Gast auslassen werde, aber einfach mal so als Ansatz, mal gucken, wo uns das hinbreibt. Und irgendwann kippt die Stimmung wieder, man ist dann froh. Aber ich würde den Podcast nicht beginnen mit, ich bin scheiße drauf, habe Streit zu Hause und mache dann hier den lila Launebär. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, und das ist jetzt wirklich ungelogen, ich habe seit fünf Jahren jedes Mal Bock, in die Podcast-Mikrofone reinzureden, weil ich das einfach in sich, ich finde das das schönste Medium, weil die Leute halt einfach wirklich einem richtig zuhören. Und das ist eigentlich ein Medium, das dürfte heutzutage nicht mehr funktionieren, weil die Leute so krass getrimmt sind auf kurzen, schnellen Content. Du sagst bei Instagram, dass du eigentlich eine Sekunde hast, das sind so diese Medienregeln, eine Sekunde, um Leute zu catchen, so ein Swipe und die Leute entdecken. Wie kann es sein, dass jetzt ein Medium wie Podcast gerade trennt wird? Komplett absurd. Und dass alles irgendwie optisch ist, also Insta, YouTube und so, das ist alles zum Angucken und Podcast nur zum Hören und dann stundenlang. Aber dementsprechend ist, glaube ich, auch die Podcast-Community nicht ultra jung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das soll jetzt nicht heißen, dass es so ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn irgendwelche YouTube, TikTok oder Instagram-Stars, die eine wahnsinnig, wahnsinnig junge Zuhörerschaft haben oder Follower-Schaft, dass die die Leute auf so ein langes Medium nicht trimmen können, weil die die Aufmerksamkeit nicht mehr haben. Und deswegen sind wir dann noch gesegnet, dass wir Leute haben, die zuhören können über eine Stunde hinweg. Von Gott gesegnet. Halleluja. Halleluja. Im Namen des Herrn. Gelobt sei die Frucht. Hast du irgend so ein richtiges Guilty-Pleasure bei Social Media? Bist du da selber viel unterwegs, dass du da durchswipest und bei bestimmten... Was sagt dein Feed? Jeder Feed, der Algorithmus sagt dir irgendwann so, das findest du geil. Ich hab mein Feed, ich hab den dahin getrimmt, dass ich Babys kriege, die irgendwie lachen. Hässliche Hunde. Also ich hab das da einfach... Kriegst du manchmal hässliche Babys, weil er sich vertut? Und dann ist es so dazwischen. Die dem Bell. Ja, genau. Babys die Bell. So verdammt, der Algorithmus ist gut. Nee, ich hab das... Nee. So Handwerksgeschichtenkrieg, wie man eine Halterung hat für eine Dose Bier und gleichzeitig aber einen Rasen damit sprengeln kann. So was. Das ist, glaube ich... Oder so Greenbox-Technik so, wenn einer auf so einem Drachen sitzt irgendwie, in einer Greenbox irgendwie und die schneiden dann die Bilder. Ach so, ja. So was. So Filmdinger, so Greenscreen. Aber alle Low-Level. Nix Intellektuelles oder so. Keine Politik. Ein Glück. Olaf Scholz hat jetzt einen TikTok gekannt, hab ich jetzt. Ja, toll. Super. Ja, mega gut. Ich hab mir ja zeitgleich überlegt, ob ich auch zu TikTok gehe, aber jetzt, wenn er da ist, haben wir alle verloren. Der rasiert uns alle. Also TikTok... Das war ja eine Mega-Idee auch mit der Aktentasche da, dass er dann auch noch Akten rausholt. Er hat hier auch wieder reingesteckt. Also das war Kapi kniet beim Gucken. Da wird irgendein Mediengestalter-Azubi, der wurde da hingeschickt und dem wurde so gesagt so, Digga, du hast heute die Chance von Olaf Scholz einen TikTok zu machen und dann sitzt du da und du versuchst aus einer Person irgendwas rauszuholen. Das war doch eine Video, wo er geht eine halbe Stunde durchs Büro und schwenkt dann so um und er sitzt am Schreibtisch. Das hab ich noch nicht gesehen. Und lächelt doof. Das klingt inspirierend. Bam, Ende. TikTok halt. Aber es ist Olaf Scholz. Es ist aber auch wieder ein Meme. Wenn die schlau sind, dann ziehen die die Nummer mit der Aktentasche. Die ziehen die jetzt durch und dann machen die ein richtiges Meme raus. Ich hab schon bei Insta denn so Videos gesehen. Vorspann von Alf nachgedreht und Einschnitt schwenkt auf Olaf Scholz am Schreibtisch. Ja, was sagt ihr denn dazu als junge Leute? Also ich glaube, es können sich sparen tatsächlich, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, was für eine Idee dahinter steckt. Die sagen halt so, pass auf Olaf, du gehst ja zu TikTok, denn da sitzen die jungen Wähler. Und wenn du bei TikTok bist, dann finden die das mega geil. Der Fehldenkt daran ist, nur weil du bei TikTok bist, bist du ja nicht cool. Du kannst auch bei TikTok richtig scheiße sein und Leute finden dich danach beschissener als vorher. Sondern das ist halt so, jeder Politiker, Markus Söder. Das hat der Praktikant dann nicht sich getraut zu sagen, dass wenn du nicht ablieferst... Markus Söder hat ein heftiges Insta-Game. Der, der performt. Aber der macht das alles selber auch. Das sieht man auch. Alter, Markus Söder, der den Adventskranz, habe ich hier das letzte gesehen, wo er, ich sage, Foto-Leinwand, die, wo wir ihn sehen haben, zu kurz war. Also schlechte Bild, zu kurz und dann, ich mache jetzt den Adventskranzkranz an. Aber der macht selber. Das ist gut. Der hat's geowned, das Game. Hier dieser AfD... Aber es ist doch unfreiwillig komisch. Ja, ja, ja. Man lacht ihn ja aus. Ja. Ist ja nicht so, dass man sagt, Söder, du machst scheiß Politik, aber lustig. Es ist auch null informativ für seine Politik. Also ist mir eigentlich ziemlich egal, was Markus Söder zum Mittagessen gegessen hat. Aber die Ficker von der AfD haben's zum Beispiel voll drauf. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Dieser Krah... Die sind mega erfolgreich. Dann denke ich so, dann denke ich bei Olaf Scholz, oh, Diggi, dann halt lieber's Maul. Das Problem ist, glaube ich... Der macht es nicht, weil jetzt hast du immer den Vergleich. Die haben jetzt eine Million Klicks und er dann mit seiner blöden Aktentasche drei. Dieser Krah-Typ von AfD, ich glaube, der wurde aber mittlerweile auch von TikTok tatsächlich gesperrt. Der ist ja unglaublich erfolgreich gewesen. Fast schon ein TikTok-AfD-Influencer, der einfach richtig dumme Parolen in ganz, ganz abgespackter Form kommuniziert hat. Und die Leute haben einfach relativ schnell darauf reagiert, weil du schon gesagt hast, die haben eine wahnsinnig geringe Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen musst du schnell polarisieren und schnell auf den Punkt kommen und die Leute fast schon schocken mit irgendwelchen Aussagen, wo die sagen, oh Gott, da müssen wir was machen. Und deswegen ist es schade. Bild-Zeitung, eigentlich Bild-Zeitung, das war bei uns früher die Headline war, wie es ich heute Überschrift hier im Podcast, Duts waren da, Penisbruch, Peng. So, ja. So, und dann hörst du dir das an und... Wegen Duts, Penisbruch. Genau. Du musst umdrehen, als hätten wir dich angegangen. Was hat das geknallt? Ja, genau. So, und dann klicken das alle an, hören und sind dann enttäuscht, weil nicht ein Penis gebrochen ist. Und dahingehend ist es einfach schwierig, die politischen Inhalte artgerecht auf soziale Plattformen zu bringen. Noch nicht, noch nicht. Warten wir mal. Das ist nicht so deins hier, wa? Nee, nee, super. Mach doch mal einen Sehtest, geh doch mal raus. Ja, das ist schon eine blöde Entwicklung. Deswegen, Olaf, du kannst fast nur verlieren, leider. Das ist hart. Und just in diesem Moment droppt das nächste Aktentaschen-Video von Olaf Scholz bei TikTok. Sick. Und damit ist das halt irgendwie durch das Thema. Und das ist irgendwie super frustrierend. Und wenn man dann wieder irgendwie, dann kriegt man irgendwie eine Anfrage so, hey, wollt ihr mitmachen bei der und der Aktion gegen rechts und weiß nicht was. Und man macht das dann und hat aber so ein bisschen das Gefühl so, ey, das ist ja super, dass jetzt so viele unabhängige Medien irgendwie existieren. Sei es ein Podcast mit einer gigantischen Reichweite, der auch mal sagen kann, hey Leute, bitte wählt nicht rechts oder so. Ja, ja, genau. Aber du kannst das ja nicht alles auffangen halt irgendwie damit so. Und dann guckst du irgendeine Talkshow an. Und ich muss sagen, wenn ich Markus Lanz gucke, ich check die Hälfte von dem, was da geredet wird. Wirklich. Ich gucke und ich merke so, ich will abschalten. Ich will abschalten, nicht weil mich das thematisch vielleicht, das große Ganze betrifft ja auch mich, aber ich check's nicht. Also ich raffe nicht, was ihr sagt. Ich bin leider nicht politisch bewandert dafür, so da hab ich vielleicht in der Schule bei den Themen nicht gut genug aufgepasst. Ich check's nicht, nimm mich mal an die Hand. Erzähl mir mal, wen ich wählen soll. Also so ist es raff. Also mach mir mal ein Wahlprogramm, wo drin steht, dass ich verstehe, wen ich wählen soll, weil ich hab keine Ahnung. Das ist schwierig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was sollst du wählen, ich würde immer nur natürlich sagen, geh wählen, auf jeden Fall, wichtig. Sonst kriegen die rechten Pocken die Stimme. Aber wen du jetzt wählen sollst, könnte ich dir nicht sagen. Ja und ist es jetzt so, guck mal, geh jetzt so. Da könnte ich nicht sagen, da macht das Kreuz da, kannst du zehn Jahre lang machen, die haben immer recht. Gibt's nicht mehr. Es ist nicht mehr. Ja, vor allem zehn Jahre. Also es ist ja immer nur für den nächsten Wahlkampf. Es sind kurzfristige Versprechungen, die mal ganz kurz gedroppt werden, um irgendwelche Wählerstimmen zu generieren in kürzester Zeit, wie jetzt in Bayern das Gendern auf offizieller Seite verboten wird. Das ist ein Mechanismus, den man jetzt noch kurz reinschiebt, um schnell noch irgendwelche Stimmen abzugrasen. Ja, dann verbietet es doch. Also verbietet es oder packt die Leute ins Gefängnis, die jetzt gendern. Das bringt es ja nicht weiter. Ja, ja, aber dementsprechend wenig Weitblick hat die Politik oder eine einzelne Person in der Politik, weil sie ganz genau weiß, heute bin ich die Rolle, in ein paar Jahren mache ich eine ganz andere Sache. Was soll ich überhaupt propagieren? Was soll ich überhaupt hier kommunizieren? Wir sind doch sowieso alle wieder ein Quereinsteiger in vier Jahren. Es geht um Klicks, so wie bei uns auch. Wir wollen jetzt, dass die Podcast-Folge gehört wird und Politiker wollen das auch. Schnell mal Klicks kriegen bei der nächsten Wahl und dann kriegt euch alle. Muss man so richtig prägnante Sachen jetzt noch reinschreiben, wie zum Beispiel die Kamera so, oh mein Gott, damit man auch diesen Clip dann rausschneiden kann logischerweise bei Instagram. Oh mein Gott, was? Penisbruch, Kurt? Das ist unglaublich. Niklas, du als Penisbruch-Experte, was würdest du Kurt in drei Schritten erklären? Also erstmal wollte ich sagen, es tut mir sehr leid, dass ich gerade mit meinem Fuß unterm Tisch, dass das passiert ist. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Jetzt ist die Polizei ja gerade weg. Aber die Anzeige geht trotzdem raus. Ich dulde auch keine Entschuldigung. Bitte nicht, Kurt, ich bin vorbestraft. Vorbestraft heißt das. Dann kommt ihr nächste Woche nicht mehr wieder. Das müsst ihr euch mal reinziehen hier. Alter, das ist so. Die Stunde gönnt euch mal und dann aber nie wieder. Never again. Und so könnt ihr einen Penisbruch verhindern. Top 3. Der soll ja richtig knallen, ne? Wenn der Penis bricht, dann gibt's einen Knall. Also es ist ja kein physischer Muskel, wissen wir zum Glück. Das hat mir mein Urologer erzählt. Der muss ja steif sein, sonst bricht ja nix. Das stimmt. Sehr elastisch. Sonst kannst du ja Bienen, kannst du ja einen Knoten reinmachen. Der ist ja hart. Und wenn der bricht, dann soll es einen richtig lauten Knall geben. Ist es aber der Muskel? Wo deine Nachbarn den Sekt rausholen und sagen, boah, naja. Alles Gute. Schon wieder, Herbert? Aber wenn der Penis laut knallt, dann muss das dir auch richtig wehtun. Das wird ja nicht laut knallen. Und man denkt so, äh, hat der nur geknallt. Am Penisbruch stelle ich mir wahnsinnig Schmerzer vor und die Behandlung stelle ich mir erstmal wahnsinnig cringe vor. Also damit ins Krankenhaus zu gehen, das ist wirklich so, das ist so, glaube ich, das Höchste der Gefühle, reinzugehen. Was ist denn passiert? Ja, ich bin, äh, ich wollte den Fahrstuhl noch kriegen. Ich bin aus der Sauna, wollte hochgehen und dann habe ich einen Anruf gekriegt, bin stehen geblieben, habe einen Steifen dabei gekriegt, weil ich durcheinander war und dann ging die Fahrstuhltür zu. Und dann gab es einen Knall, dass die Tür sofort wieder aufgegangen ist. Ja, guter Punkt. So, ja. Oder man hat vergessen, den Herd auszuschalten, ist aber schon im Auto und man muss abrupt aus dem Auto wieder rausspringen, schlägt die Tür hinter sich zu und bleibt der Penis dann auch wohl hängen. Ist ja klar. Man hat aber vorher noch die Hose runtergezogen, weil sonst wäre nichts passiert. Ich fahre nur unten oben im Auto. Ist mir wichtig, da möglichst agil zu sitzen. Die Heizung, die Sitzheizung war volle Pulle. Ich dachte, ich ziehe mir die Hose aus. Ja, meine Klimaanlage geht auch nicht mehr, deswegen muss ich mich vorm Fahren der Kleider entledigen, um möglichst schwitzfrei anzukommen, um die Klamotten auch trocken zu halten. Weil wenn ich aussteige, dann muss ich mir wieder in Klamotten rein, sonst kann es ja nicht funktionieren in der Gesellschaft. Also das wäre schon die zweite Ausrede, die plausibel ist. Da winkt dich jeder durch und alle sagen, der Doktor kommt gleich. Also wir hatten mal, in unserem Podcast hat sich mal eine Doktorin bei uns gemeldet, die wohl den Podcast hört und die hat erzählt, dass wohl sehr häufig im Krankenhaus Leute eingeliefert werden, die sich die absurdesten Sachen rektal einführen. Das ist auch immer sehr interessant, dass die Leute eigentlich immer eine wahnsinnig plausible Erklärung dafür hatten. Und es gab wohl mal jemanden, der hatte eine Handgranate im Pro. Und war der Stift noch dran, dieser Sicherheitsstift? Der war offensichtlich noch dran, das hat er noch länger gehalten. Ich habe eine Granate im Arsch, Sie haben noch 20 Sekunden, mir das Ding rauszuholen. Ja. Ja, der Doktor kommt gleich. Sind Sie privat versichert? Nee, gesetzlich. Peng! Ja. Nee, so ist es nicht ausgegangen, sondern er hat dann halt gesagt, er hätte den Keller entrümpelt. Naja, das ist richtig. Und dann war er halt so von Opa, weiß nicht, war noch ein bisschen was da, und dann ist er da hinten rücks drauf gefallen und dabei ist sie rektal in seinen Po rein, ja. Durch die Hose durch. Das ist ja immer ein Ding, dass komischer, lustigerweise bei solchen Sexunfällen man immer nackt ist. Ja, das ist seltsam. Aber es kann ja auch sein, die Heizung, dachte ich, ich muss heute den Keller entrümpeln, ist so heiß hier, ich ziehe mich nackend aus, mich sieht ja keiner. Dann war eine Bananenschalle, dann rutsche ich aus, zack, auf eine Granate drauf. Oder dass Leute nackt natürlich wieder im Bad ausrutschen, nachdem sie geduscht haben. Der ganze Boden ist natürlich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit dann auch ein bisschen rutschig geworden. Und dann wie durch Zauberhand mit dem Po auf die Klobürste fallen und die komplett verschwindet. Ja. Das ist eine Meisterleistung. Fokus, Fokus, vielleicht war er aber auch Zauberer, man kann ja auch sein. Vielleicht richtig impressive, den Zaubertrick, wenn man sich teilweise Sachen so tief rektal reindübeln kann, dass die wirklich verschwinden. Bei Jack S hat der sich ja mal so vier Matchbox-Autos reinsteckt und dann wurde der geröntgt und dann hast du wie so... So eine parkende... Das war geil aus. Ja, exakt. Es gibt halt immer wieder so Sachen, wo man sagt so, ich glaube, die kann man heute nicht mehr machen. Das war aber schon sehr witzig. Ja. Geil, das ist eine richtige Trigger, so eine richtige Trigger-Folge heute. Oh, die Shit, Alter. Es gibt echt absurde Scheiße, die man kriegen kann. So wie eine Allergie gegen sich selber. Wasserallergie. Achso. Ne, achso, eine Allergie gegen sich selber, du kannst eine Wasserallergie haben. Wasserallergie ist auch... Übel, übel. Du kannst nicht duschen, du kannst nicht... Also du duschst, aber es tut wahnsinnig weh und beim Trinken verspürst du Schmerz, wo man sich auch denkt... Aber dann ist es denn eine Phobie, wenn es körperliche Schmerzen sind, ist es ja eine Allergie eigentlich mehr, ne? Wasserallergie. Ja, aber es gibt richtig abgewichste Sachen, die du bekommen kannst. Da reden wir gleich drüber. Wir sind nämlich fertig. Ist schon vorbei. Ach, hey. Oha. Wo kann ich denn die Namen von den beiden ablesen? Ach da, Niklas und David. Hallo. Perfekt. Habt ihr Nachnamen auch? Wir haben auch Nachnamen, genau. Niklas van Lipzig, der große 2 Meter... 2,7 Meter. 2,7 Meter. Apache 207. Aus Kleeve. Das wäre doch ein Name für dich. Niklas 207, das wäre es. Shit. Und David Martin, der nicht gewordene Kfz-Mechatroniker aus Ingolstadt. Naja, aber ist doch besser, oder? Ja, mega. Oder denkst du manchmal so, ach, jetzt lieber in Ingolstadt? Nee, also jetzt mal so richtig einen von der Seele schrauben. Jetzt mal ein bisschen Ölwechsel machen. Das wäre es jetzt. Finger bitte schrauben. Hat doch alles funktioniert. Sehr gut. Ich tippe vielleicht nochmal als Tipp. Brech die Lehren ab. Mach die Schule nur bis zur 10. Da kommt was. Ja, würde ich auch sagen. Dann werden ja alle bald hier im Podcast sitzen. Genau. Alle, die ihre Lehre abbrechen. So, das fahrt die Wesen. Vielen Dank. Niklas, wir gehen jetzt natürlich noch rüber in den Deluxe-Teil. Geil. Exklusiv bei Amazon Music mit Niklas und David. Und da reden wir über Phobien und Krankheiten, wo es richtig knallt. Penisbruch. Peng. Peng. Okay, schön, dass du da warst. Sagt doch mal den Podcast von euch. Der Podcast heißt Dudes. Man kann uns bei Instagram finden unter atniklasunddavid. Vielleicht auch bei TikTok, wenn ihr wollt. Schaut da mal rein, hört da mal rein. Das würde uns sehr freuen. Ihr seid alle willkommen. Aber erst, wenn hier wirklich der letzte Satz beendet worden ist. Punkt. 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 Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lui. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung. Dann hört er auf, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.